Das sind Händler, hoffe ich mal. Jawohl. Guten Tag, ich möchte mal handeln. Oh, hier kann man Frisuren kaufen. Der Kriegerstreifen. Der Mohawk. Standardbart, Korteletten. Ja, die kennen wir noch gar nicht. Vollbart. Handelsmannschneuzer. Ist das der? Ist das Ingo? Das ist der Ingo. Maloche-Schnäuzer haben wir schon. Ach, das ist ein Barbier. Wir können hier nur die Sachen machen, die wir eh schon haben. Das ist ja toll. Ja, ich bitte darum. Tränke zwölf und Nahrung bla. Das ist ja super, freue ich mich. Der Witchwood ist ein übler Ort. Schrecklich. Jetzt lasst mich doch mal zu denen. Das muss man doch respektieren, oder nicht? Und ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten. Was haben wir denn da? Gl-Platten-Fecht-Hans. Was heißt denn gl? Glatte oder glose oder glasierte oder glühne oder glückliche? Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten. Und schon wieder ein Barbier. Wie viele Friseure laufen denn hier durch den Wald? Verdienen die sich da was nebenbei, oder was? Und was ist denn das da? Oh. Alter, was ist denn hier los? Du Penner-Scheißvieh. Ach, jetzt habe ich die Waffe auch noch eingesteckt. So, jetzt reicht's mir aber. Erstmal du. Und gleich ist die beschissene Fee auch noch dran. So. Was ist denn hier so laut gerade? Hallo? Ich glaube, hier ist gerade ein Soundfehler. Oh, ich habe Pilze gefunden. Was ist denn das gerade für ein ätzender Soundfehler? Das ist ja total widerlich. Kann ich das jetzt irgendwie ausmachen? Sound auf runter. Speichern kann ich bestimmt nicht, weil ich gerade auf der Quest bin. Oder wie sieht's aus? Helden-Spielstand. Ich kann gerade nicht speichern, weil ich auf der Quest bin und habe einen Soundbug. Also manchmal ist dieses Spiel echt so zum Kotzen. So schön es auch ist, aber manchmal möchte ich da einfach nur mich direkt auf die Tastatur übergeben und die kleinen Stückchen in die Tasten reindrücken. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier jetzt machen soll übrigens. Ja, Ohrstübsel wären schon mal ganz gut. Nahkampfwaffen. Habt da gar nichts. Distanzwaffen. Ebenholzarmbrust. Plus 40. Das sieht doch gut aus. Kostet aber einen ganz schönen Haiermann. 2100 haben wir. Das heißt, wir würden alle Ersparnisse ausgeben. Das Blöde ist, wenn ich jetzt die Quest abbreche, ne? Oder hier, ähm... Ich kann ja nicht speichern. Das heißt, ich muss die Quest abbrechen. Wir müssen die nochmal komplett neu machen. Dann muss ich schon wieder an diesem beschissenen Troll vorbei. Da krieg ich ja wieder einen Herzkasper hier. Also ich mach jetzt mal folgendes. Ich stelle mich jetzt mal irgendwo safe oder weiß ich nicht. Und dann muss ich wohl oder übel die ganze Quest bis dahin, also bis hierhin nochmal machen. Und dann die Aufnahme nochmal neu starten. Weil anders geht's ja offensichtlich nicht. Ist natürlich nur die Frage, wo. Ich sag mal hier bei der Brücke. Huch. Tja, dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns dann, äh, gleich wieder. Moment, ich muss ja noch fünf Minuten voll kriegen, damit die Folge auch fertig ist. Was ist denn das für ein Geräusch? Ah. Na, Gott sei Dank haben wir es nochmal probiert. So, dann mal weiter im Text. Eine Flammenverstärkung. Die können wir nämlich für unseren Knüppel hier super brauchen. Und eine, ein Angelplätzchen, wo wir bestimmt wieder irgendeinen stinkenden, blöden Fisch finden, den wir gar nicht brauchen. Aber was soll's, wir nehmen ja alles mit, was wir kriegen können. So, dann mal hopp dich. Los, 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 los. Didi, 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 didi. Hm. Ich glaube, heute ist einfach nicht mein Tag. Los, los. Los, 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 los. Los, los. Ach, Mann. Da drückst du dreimal, da ist gleich die Schnur gerissen. Dabei bin ich doch so ein Grobmotoriker. Ich kann doch gar nicht anders. So, so, ja. Konzentration. Ach. Naja, ihr müsst ja hier so lange warten. Ich hab ja hier meinen Spaß. Ich kann ja hier auf F1 drücken. Ihr sitzt da vorm Rechner und müsst zugucken. Das ist doch auch super. Wie der Gronkh hier ablust mal wieder. So. Äh, äh. Ah. Mistvieh. So, jetzt aber. Was haben wir denn da? Ein Willenskrrrr-Meister-Elixier. Endlich hab ich ein Willenskrrrr-Meister-Elixier. Darf noch nicht eh schon immer viel zu wenig. Wo kommen wir denn hier hin eigentlich? Wir sollen ja immer noch den Archäologen finden. Aber ich weiß. Nach Nothole Glade. Was ist denn das? Wir sollen ja den Archäologen finden. Und ich hab das Gefühl, wir sind ja auch völlig falsch. Die Musik kommt mir verdächtig bekannt vor. Und da lauern... Da lauern Werwölfe. Ach, was soll's. Ich hab grad überlegt, ob ich's vielleicht auslassen soll. Oh. Ach, Mensch. Das war jetzt nicht unbedingt der Boss der Werwölfe. Wie viele da auch sind. Vier Stück. Alter Falter. Wollen wir's probieren? Da ist wieder so ein Port Cullis. Naja, dann müssen wir ja wohl. Wenn wir das schon mal da haben, dann können wir wieder zurück teleportieren. Und nochmal zurück in diese Witchwood... 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 Ja, jetzt... Halt doch mal die Fresse. Ach, hör doch auf. Hört doch mal auf, mich hier anzuspringen. Ich bin nicht rollig. Na, die kommen doch gleich wieder. Oh Mann, schneid dir mal die Fingernägel. Und ich sollte mal mehr blocken.